Ich habe Gelegenheit, mit dem Publizisten Hugo Müller-Fock zu sprechen. Müller-Fock, Sie sind der Ansicht, dass dieser Satz und auch das Verhalten der Kanzlerin unter Umständen ihre Position gefährdet? Also es ist ja so, die Kanzlerin hat ja die letzten Jahre davon gelebt, dass die Menschen ihr vertraut haben. Die macht das schon. In Bezug auf Europa, Euro-Krise und andere Fragen gab es so ein gewisses Grundvertrauen. Und ich glaube, dass dieses Grundvertrauen beschädigt wurde dadurch, dass sie einerseits gesagt hat, Dublin und all diese Regelungen setzen wir jetzt einfach aus. Und dass sie zweitens gesagt hat, wir schaffen das. Und dass sie drittens dann auch noch gesagt hat, wer das kritisiert und wer dazu ein böses Gesicht macht, dann ist das nicht mein Land. Das, glaube ich, hat bei einem Teil der Bevölkerung doch negative Reaktionen ausgelöst. Herr Müller-Fock, nun wollen wir zunächst mal vielleicht über die deutlichsten Angriffe auf die Kanzlerin sprechen, die aus München kommen. Wie gefährlich sind die denn? Ach, die Gefahr hält sich in Grenzen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Herr Seehofer ernsthaft vorhat, seinen Minister aus dem Kabinett abzuziehen. Das würde bedeuten, er ist nicht mehr Koalitionspartner. Das würde für die Große Koalition gar nichts bedeuten, weil die CDU und die SPD zusammen auch eine riesige Mehrheit im Bundestag hätten. Die Mehrheit würde schrumpfen von 503 auf etwa 450 von 630 Abgeordneten. Also die Koalition könnte weiterregieren. Er hätte keinen Einfluss mehr und es käme auch dann kein einziger Flüchtling weniger. Wir sind ja gewohnt, dass die CSU gerne Drohgebärden anstellt gegenüber Berlin und gerade gegenüber der CDU, weil die CSU natürlich für die CDU unverzichtbar ist, wenn sie auf Dauer Erfolg haben will. Insofern würde ich diese Drohungen von Seehofer nicht allzu hoch hängen. Jetzt gucken wir mal woanders hin, nämlich in die CDU selber. Da hat die Kanzlerin eigentlich ohne Widerspruch agieren können in den letzten Jahren. Wie groß ist denn nun das Aufbegehren in der eigenen Partei? Also es gibt an der Basis schon erhebliche Unruhen. Das ist natürlich umso größer dort, wo die Orte auch von Flüchtlingsunterkünften und so weiter betroffen sind. Und es gibt ein Gefühl, dass hier etwas aus dem Ruder läuft, was diese Regierung nicht mehr steuern kann. Das wird natürlich an der Kanzlerin festgemacht. Auf der anderen Seite ist die CDU als Partei keine Organisation, die zu Revolutionen neigt. Ich sehe niemanden, der in diesem Moment Merkel herausfordern würde, sodass es schon deshalb keinen Putsch geben kann, weil es keinen Anführer eines Putsches gäbe. Ich kann ja niemanden stürzen wollen, wenn ich nicht weiß, wen setze ich stattdessen an diese Stelle. Insofern ist die Kanzlerin durchaus stärker, als es aufgrund mancher Kritik erscheint. Man muss auch einmal eines sehen, man darf auch die Umfragezahlen nicht überbewerten. Ich habe das nochmal nachgeschaut. Vor genau vier Jahren, im Herbst, im Oktober 2011, Halbzeit, schwarz-gelbe Koalition. Da lag die Union bei 34, die SPD bei 31 und die Grünen bei 16. Und dann wissen wir, wie die Bundestagswahl ausgegangen ist. Also diese Umfragen, wir Journalisten nehmen die gerne zum Anlass, um dann zu spekulieren. Aber die Kanzlerin, glaube ich, ist umfragenresistent. Die nimmt das zur Kenntnis, ohne sich davon allzu sehr beeindrucken zu lassen, weil sie weiß, es sind Momentaufnahmen. Herr Müller-Vock, vielen Dank für Ihre Einschätzung.